Mein Name ist Alexander Seyfried und ich bin 30 Jahre alt. Ich bin Farida Hamka und 22 Jahre alt. Ich bin jetzt in meinem letzten Ausbildungsjahr zu Erzieherin, hier in der Kindertagesstätte Blöscher Straße. Also ich mache die PIA-Ausbildung, die praxisintegrierte Ausbildung. Da bin ich in der Regel zweieinhalb Tage in der Kita und zweieinhalb Tage in der Schule für Sozialpädagogik in Pforzheim. Das Spannende an dem Beruf ist, die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten und die Fortschritte zu beobachten. Das Arbeitsklima ist sehr gut, familiär kann man sagen und die Kollegen haben immer ein offenes Ohr. Wir arbeiten alle zusammen, es wird niemand alleine gelassen. Alle sind für dich da und du bist für alle da. Also man muss auf jeden Fall Geduld mitbringen und Einfühlungsvermögen und ein wertschätzender Umgang. Für die, die nicht gerne sitzen, ist der Beruf richtig gut geeignet.